Willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Battle Injustice, heute mit dem Wechselmann. Hiiii. Hey, so, wir haben jetzt noch 48 Sekunden Zeit, uns ein Charakter auszusuchen. Ne, und dann kannst du von deinem Tag berichten und sowas. Äh, was nehme ich denn? Ich glaube, ich hatte noch nie im Let's Battle Bad Woman. Ich glaube, ich nehme nochmal. Bad Woman. Also, ich habe sie, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Yay. So, was nehmen wir für eine Strecke? Map, gedöns, ich habe keine Ahnung. Nehmen wir das. Jetzt kriegst du deine Revanche. Boah, abwarten. Obwohl, ja, Mortal Kombat Spiele, Injustice ist ja wie Mortal Kombat, halt nur mit DC-Charakteren, kann ich theoretisch etwas besser als Street Fighter. Ja, süß da. Ja, aber nicht so gut wie Sur-Kalibur. Also, würdest du gegen mich Sur-Kalibur spielen, du, wow. Hast du fast keine Chance. Das ruckelt irgendwie bei mir. Warum ruckelt's? Weiß ich auch nicht. Oder das muss ich erst dran ruckeln. Oder beides. Oha. Lässt du das wohl? Du bist kein Gummi-BR. Oh, doch? Äh, nicht, dass ich wüsste. Ach, jetzt tut man auch schon mit, äh, wie heißen die denn? Wie heißen sie was? Ich komm nicht, ich komm nicht, jetzt tust du schon mit, ähm, Schlackring kämpfen, ja? Ja, ja. Natürlich. Daneben. Das sieht aus, wie die Hopsen tut. Ja, ich sag, Gummibär. Oh. Alter. Kommst du denn jetzt her? Aus nichts, da komm ich her. Oha. Nein. Verdammt. Oh, komm. Wow, er hat die Hälfte von mir abgezogen. Aber nur die Hälfte. Oha. Nein, 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 nein. Oh ja, kannst du. Oh yeah. Ja, ist gut. Shit. Oh. Daneben, verdammt. Ging sowas von daneben. Oh oh. Oh oh. Das ist nicht gut. Ah. Es tut nur ein bisschen weh, keine Bange, das ist nur Fleischwunde. Nein. Doch. Find ich gut so. Bleib liegen. Nein. Nein. Ah, da, 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 da. Oh, was war das denn? Das war ein Sprint oder sowas. Ich hab keine Ahnung. Nein. Weg. Oh. Hey, ich hab gewonnen. Hey. Gut, also für die Zukunft, Warner Woman ist weg. Für die Zukunft, Bad Woman auch. Ich weiß mal, ob ich mit der tatsächlich gespielt habe. Ah, wen hatte ich denn in einem Testmatch mal gehabt. Oh, die war ganz gut. Oh, die war ganz gut. Schön flink. Auch da sind einige manchmal ganz schön flink. Eigentlich wollte ich nur einen Kämpfer wählen. Verdammt. Stimmt. Mist. Warte, gehen wir nochmal hier kurz raus. Ja. Ja, damit wir auch einen neuen Kämpfer hier haben können. Ach, hier muss ich die nochmal einladen. Och. Geht das schon wieder los? Ja. Ihn ja. Einladen möchte ich ihn. Nein, so natürlich mal wieder nicht. Jetzt. Hier. Dichter. Einladung. So. Ich nehme an. Er hat angenommen. Nein. Vielleicht. Doch. Ja? Ja, ja. Sicher? Verbindet auf jeden Fall mit euch. Okay, das ist schon mal schön. Das erste Mensch zählt nicht. Ach so. Das wüsste ich aber. Das wüsste ich aber. Ich blicke da nur zurück an ein gewisses Sonic-Inseger-Authers-Racing-Transformed-Battle. Ich weiß von nichts. Dann zählt dann plötzlich so eine letzte Runde nicht. Ja, wie nehme ich dann? Ich weiß es nicht. Nimm doch mal Wonder Woman. Nein, 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 nein. Doch, die ist ganz toll. Trust me. Glaube ich nehme den. Genau. Dann mach das. Ist aus dem selben Universum. Ach so? Hm. Ich kenne mich da nicht so aus. Nicht? Nee. Ist okay. Ich kenne auch nicht jeden. Ich habe auch keinen einzigen Wonder Woman-Comic gesehen. Aber einige Dinge, die weiß ich. Oder ja, Aquaman. Ich würde niemals Aquaman-Comic gucken. Aquaman ist cool. Aquaman stinkt nach Fisch. Der hat die gleichen Fähigkeiten wie Spongebob. Ja. Ja, mit Fischen reden. Ist doch toll, ne? Oh Gott. Du kannst mich Mammut nennen. Das ist gar kein Problem. Okay, also Amos ist auch blöd. Nein, du hast einfach ein Pech, dass du gegen Aquaman kämpfst. Komm, komm. Okay. Nein, 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 nein. Oh, das gibt's nicht. Doch, das gibt's. Ich glaube, du tust irgendwie in fast jedem... Let's battle mit Aquaman-Spielen. Nee, tatsächlich nicht. Ich versuche, ihn relativ wenig zu nehmen. Ausgründen. Weil Aquaman ist wirklich overpowered, glaube ich. Das ist so wie Mr. Gummiarm von Street Fighter. Und das ist nice. Das ist nicht so nice. Sagst du. Oh, verdammt. Ich hab heute echt kein Glück damit. Überhaupt nicht. Würdest du aufhören, hier zu tun, als wärst du unsichtbar? Das find ich nicht nett. Mit Waffen kämpfen ist unfair. Sagt dir der, der ein Schwert hat. Ich bin Kriegsgott. Ach so. Ja, und ich bin der Wassergott, oder was? Oh, shit. Oh, was? What? Ich dachte jetzt, jetzt kommt eine Cutscene, aber da kam ja gar nichts. Wie hast denn du das gemacht? Wenn ich das wüsste, ganz ehrlich. Ich hab keine Ahnung. Das ist, das ist schon fast unfair. Das ist gemein. Nein, das ist Aquaman. Der bekommt keine Cutscene. Das war jetzt ein Zufall. Ja, natürlich. Das war rein ein Zufall. Also, du bist rein zufällig in meinen Dreizack gelaufen. Nee, ich meinte jetzt eigentlich mit der Katze. Ach so. Ja, das auch. Das war Zufall. Das war jetzt wirklich ein bisschen mies. Oh, ja. Aber du darfst auch immer Glück haben. Ja. Ausnahmsweise heute mal, ja. Wieso? Was meinst du denn? Ach, ich weiß nicht. Ich weiß ja auch nicht. Das ist halt so, weißt du, so eine Eingebung. Ich bleib einfach von mich hin. Ich weiß gar nicht, was ich da sage. Hm, schön. Killer of Rust. Keep cool. Keep cool, ja. Wenigstens mal inner jetzt hier, der bisschen flinker ist. Oh, ja. Oh, okay. Bisschen einheizen. Ja, aber nur so ein bisschen. Hey, das ist nicht nett, eine Frau in die Luft zu jagen, ja? Bist du ein Taliban oder was? Äh, ist nicht so schlimm. Okay. Komm. Verdammt. Ja, der hat da schon die Hälfte von mir abgezogen. Alter. Ja, jetzt ist es gut. Da freut sich einer. Oh ja, ein bisschen. Schon. Der hat auch überhaupt keine Reichweite im Moment. Oh, aufgespießt. Ja, richtig so. Au. Ja, mit Killer of Rust mach ich keine gute Figur. Hey, 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 hey. Vorsicht, Fahrzeug. Echt, wo? Ja. Ah, da. Ja, ich würde sagen, du hast erfolgreich gewonnen. Hättest du mal Batman vorher genommen? Ja, irgendwie suche ich mir jedes Mal die nicht so flinken aus. Ja, ich weiß auch nicht warum. Aber das hast du jetzt erfolgreich geschafft. Gratuliere dir zu deiner glorreichen Niederlage. Ja. Also auch dafür kann man mal jemanden gratulieren. Und ja, wir sehen uns wahrscheinlich in einem der zukünftigen Let's Battles dann vielleicht wieder mit etwas mehr Glück für dich. Ja, also es tut mir leid, dass du leider schon wieder verloren hast. Ja. Also, das nächste Mal läuft es besser. Ich hoffe es. Ganz bestimmt. Nicht. Also dann, bis denn. Ciao. Ich gewinne nicht oft gegen Wechseln. Aber wenn ich gewinne, meistens, weil ich mir das mal so ein Traum gegeben habe. Nicht, weil er es verdient hat, aber irgendwie schon. Ne? Also, aber auch nur im Videospiel. Im Real Life glaube ich nicht. Ne, ne. Ne, glaube ich nicht. Das ist das da für dich. Aber, naja, das ist ja ja nicht im Real Life. Es ist ja hier im Let's Battle. Gut. Auf der rechten Seite habt ihr oben das letzte Let's Battle mit Worms. Den Ferreri fuhr, glaube ich. Unten, weitestes Let's Play. Castlevania 3. Und unten in der Videobeschreibung habt ihr ein Formular, wenn ihr euch auch mal bewerben wollt, für ein Let's Battle mit mir. Wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Let's Battle. Bis dahin, viel Spaß und auch viel Dank bei Zuschauern. Und bis denn. Bis dahin, viel Spaß.